Und wenn ich gehen würde, dann würde es nichts ändern. Wenn ich es nicht gehen würde, dann würde es nichts ändern. Wenn ich es nicht gehen würde, dann würde es nichts ändern. Aber vielleicht ist das auch alles in mir und das war ja vorhin schon so, aber das ist jetzt auch alles zu kompliziert. Und es geht eigentlich sehr um die Erschöpfung, um die Erschöpfung von Individuen, die Erschöpfung des Selbst, dass dieses Unentwirrbare, wir haben alles versucht, wir versuchen alles, aber im Endeffekt ist es zu anstrengend, irgendwas zu verändern. Wir verstehen es auch nicht. Wir verstehen sowohl im Beziehungswesen als auch im ökonomischen Sinne die Welt nicht. Und erschöpfen. Just go and let me sleep. Wir haben ja schon einige Projekte zusammen gemacht, Mario und ich. Wir liegen da einfach sehr auf der gleichen Wellenlänge und müssen uns da auch nicht mehr groß einigen auf irgendwas, sondern können da eigentlich gleich loslegen. Und ganz oft ist es ja nicht die Choreografie so getrennt von den Sprechszenen, sondern es geht sehr gleichzeitig auch einiges da ab. Es ist aus der Improvisation sind Elemente entstanden während der Probenarbeiten und mit den Elementen kann ich zum Glück, also mit einigen dieser Elemente kann ich dann zum Glück wiederum während der Aufführungen improvisierend verfahren. Und das macht sehr viel Spaß. Also es ist schon kontrollierter Zufall dabei, sagen wir es mal so. Biong Chul Han, Hyperkulturalität, Kultur und Globalisierung. Warum? Sie alle liegen hier in diesem Meer aus Sofas und Sesseln und Fluten in ihrer Erschöpfung. Es geht ja sehr darum, dass wir in diesem System, in dem wir leben, alle feststecken gewissermaßen und es immer wieder in ganz vielen Bereichen Versuche gibt, von sich persönlich aus da was zu ändern und dadurch auch am System was zu ändern. Und darum geht es eigentlich ganz viel in dem Stück. Und ich glaube, das spricht insofern jeden an, der sich da irgendwie Gedanken drüber macht. Verzweifelte Versuche, etwas zu verändern zu wollen und es nicht zu schaffen und in eine Erschöpfung zu gehen und diese Wellen durchzugehen, ich glaube, das kennen viele, die meisten Menschen ja. Und werden da sicher im einen oder anderen Punkt auch irgendwas wiederfinden, wo sie Bezug zu ihrem eigenen Leben finden. Oder zu ihrer eigenen politischen Ansicht. Ich bin alles und überall und keiner kann meinen Wert einschätzen. Ich bin wie Geld. Das einfach weg? Das habe ich noch gehört. Du warst dann plötzlich... Ja, weil... Weil ich also... Du warst plötzlich einfach weg. Das, wenn die glauben, dass die alles mit dir machen könnten, mit ihr, mit dir, mit dir, mit dir, dass die sich da aber echt geschnitten haben. Ja. Also, ich habe die Schnauze voll. Sag mal. Ich habe die Schnauze voll. Gut. Sehr ehrlich. Wir haben dann auch noch für den Schluss eine Punkband gegründet, wo wir auch wirklich als Band ein Punkstück entwickelt haben, weil es sehr großen Spaß gemacht hat. Da darf ich auch Schlagzeug spielen. Wunderbar. Wenn ich ja vor einmal ja. Wenn ich ja vor einmal ja. Wenn ich ja vor einmal ja. Wenn ich ja vor einmal ja... Zeigen würde... würde sich nichts ändern. Zaaaaan!